Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 4.3 und wir befinden uns mal wieder nach einigen Toden in der, äh, naja, in, oh Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Ach, das sind wir, wenn wir uns drehen, Alter. Ähm, ich hab ein bisschen Angst, hier weiter zu laufen, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, es wird jetzt echt immer schlimmer und immer heftiger. Kommandeur am Funkgerät. Er verfolgt mich. Er weiß, dass ich hier irgendwo bin. Ich werde versuchen, ihn zu umgehen und die Basis des Turms zu erreichen. Macht schnell! Nein! Ich weiß, Sie können mich hören. Ich habe eine Tika, denn sie muss euch viel bedanken. Gehört sie zur Familie? Sie gehört nicht zur Familie. Lass sie zurück. Sie ist es nicht wert. Nicht jetzt, da wir so nah sind. Okay, so horrormäßig war es jetzt auch nicht. Ich weiß jetzt aber nicht, was die da mit mir dann reden. Sie gehört nicht zur Familie. Sie ist doch unsere Mama. Tja, ich würde sagen, bei Mutti geht es ganz schön ab. Ich nehme mal lieber die Distanz. Alter. Nein, klick, 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 klick. Gott, wie viel man braucht, ist die nur sterben. Aber cool ist das allemal. Wo bin ich hier? Oh, back to the roots. Die gute alte Waffe. Ich hole hier immer wieder die große. Ich nehme mich natürlich lieber, obwohl wir... Wenn wir da oben drauf? Ah, hier im... Also da nicht, aber hier. Kriegen wir wieder ein bisschen mehr Munition. Oh, ne Schniper. Ne Schniper, aber die war ja nicht so... Nicht so toll, wie ich finde. Obwohl, hier fühlt es doch gar nicht mehr so schlecht. Oh, hab ich doch voll getroffen, oder nicht? Mal hin und nachladen. Kaum noch Granaten. Verstanden, rücke vor. Jetzt laufe ich ja wieder mit der Sniper rum. Wieder war daneben. Wer nicht. Das Sniper, die hat aber auch einen Durchschlag. Meine Güte. Puts, Junge. Das war kein Treffer, glaube ich. Oh, ist Mutti, wenn man sie mal braucht. Hm, von Zickzack-Laufe. Du hättest zwei aus davon. Den habe ich eigentlich voll getroffen. Was ist das für ein Hitbox-Aiming? Voll getroffen! Zit, zit, zit. Ich habe ihn durch dieses Fenster getroffen, wenn wir ihn abgeladen haben. Au, 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 au. Wern, geht das nicht? Ist er an der Hand? Ja, da an der Hand geht es. Ah, Mist. Jawohl, zweimal an der Hand treffen. Hast du das gesehen? Bist du denn? Ach, hier bist du. Kurz. Ah, das war's schon. Sehr schön. Dann, äh, ach, hier haben wir auch noch eine Granate. Schön. Hatten wir hier nicht noch irgendwo die große Bumme? Was? Noch noch einer. Ach, da bist du. Ja, ja. Wer hat gewählt? Das ist die große Frage. Lebst du noch? Nein, du lebst nicht. Gut. Schön und gut. Ich glaube... Da hängt, glaube ich, ein bisschen Gehirn dran. Wir nehmen sie trotzdem mit. Diese ganzen Bereiche, wo man da durch muss. Ähm. Ah. Cool. Jetzt klingt gut schön. Cool. Cool. Kontakt links. Geh zurück. Hintern. Ich habe... Verstanden. Räume. Räume. Er hat mich festgelagert. Autsch. Bei uns hat es einer fest. Okay, Granate kommen wir hier nicht mehr. Siehst du die Scheiße? Herr geschossen. Gib mir Munition. Oh. Er kommt hoch. Oh Gott, verdammt. Oh. So. So. Na komm her. Es geht doch. Es geht doch, Freunde. Es geht doch. So, wo kommen wir jetzt hin? In einen dunklen Keller oder in einen dunklen Untergrund? Äh. Nö. 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 Ich bleibe jetzt hier oben. Das war es mit 4-3. Ähm. Ich möchte einfach nicht lang gehen. Definitiv. Weil das sehe ich nicht ein. Das sehe ich nicht ein. Nö. Meine. Aber gut, dass wir nochmal hochgegangen sind. Hier war noch Munition ohne Ende. Ähm. Nein, ich möchte da nicht runter. Ich will das nicht. Oh Mann. Warum immer so dunkel und... Es ist doch klar, dass hier gleich irgendwas passiert. Was? Kommando. Ich Pech! Oh Mann. Ich wollte das nicht reden. Okay, man hört jetzt nur noch so ein Fiepen. Und hier bricht gleich alles zusammen, wurde gesagt. Und alles wackelt und alles ist unschön. Das ist echt sehr unschön. Das nehmen wir trotzdem noch mit. Laden einmal nach. Jetzt sind wir extrem nah. Haben wir dafür die auch nochmal nehmen? Nee, schade. Auf jeden Fall sehr bedrückende Musik jetzt. Beziehungsweise Sound und so weiter. Das liegt jetzt nicht an der Aufnahme. Alter, krass. Ah, die war zu weit. Ah, die war zu weit. Was hat der hier gerade mitgenommen? Hat der was hingestellt? Hat der was mitgenommen? Ich weiß es nicht. Ich bin gekommen. Oh, mein Gott. Ich weiß es nicht. Hier ist geborene Zug von Alma. Durch den Zug im Reargeldplatzgeschäft in Missbildung. Ein gescheiteres Experiment. Fertig! Was geht hier ab? Alter, was geht hier denn ab? Das hört sich echt nicht lecker an. Was hier gerade passiert. Oh, ja, ihr mit euren Gramaten, ey. Trefft doch seinen Kopf. Oh. Schnappi, bei der Tür. Er hat einen Arm verloren. Geht in Deckung. Oh. Äh, Uppsala. Das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich wirklich nicht. Ich brauche Hilfe. Oh, wow. Gebt mir Deckung. Da kommst du mir. Ist der da echt in der Ecke gestanden? So, wir wissen ja jetzt zum Glück, wo die Schwachstelle ist. Mit dem Schild will ich ja eigentlich nicht weitergehen. Frage ist eher, wo müssen wir hin? Okay. Gott. Ich habe schon lange nicht mehr dieses Viech gesehen. Diesen Dämon oder was weiß ich, dieses Haus hier da. Ihr wisst schon, was ich meine. Was? Was? Ach, hier? Was ist denn? Was? Was? Geht doch. Geht doch. Was? Das sind Dämonen? Krass. Krass. Oh, die sind mit den Schroten. Äh, mit den, mit den, mit den, mit den, mit den Schroten. Scheiße, 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 Scheiße. Es geht hier ab. Hier ist ja alles verschwunden. Ähm. Ich bin oben. Genau die. Die mit den, mit den Pumpguns, ne? Die geben so viel aus. Scheiße, Scheiße. Und, ja. Und einer Serienabinder. Können wir hier nicht rüber? Ah. Oh. Ich will hier nicht weiter. Ich will hier nicht, ich häng fest, ich häng fest. Ich will hier nicht weiter. Ich will hier wieder aus. Die Tür ist zu. Oh. Was? Alle sind sich einig, was getan werden muss. Alle, nur nicht du. Es ist sogar noch Zeit, dass ich die vier Allianz und Verzahler aufspartiere. Halt. Eine Leckstreifer. Okay, okay. Wie gefällt dir denn das Ding gut? Wir müssen auf jeden Fall weiter. Wir müssen weiter. Wir haben nämlich keine Munition mehr. Und das ist echt unheimlich. Hier ist Munition. Ich werde dich kreuzigen. Ach, Quatsch. Ich meine Schrote könnte ja nicht ganz gut sein. Weil sie einfach nur extremen Schaden macht. Jedenfalls auch nahe des Fans. So hoch ist es wie ein Brenner. Ich schicke dich und dein Geheim. Hör endlich still, du Pferd, unser Freak. Nein, das ist nicht möglich. Nein, das ist nicht möglich. Nein, das ist nicht möglich. Schwert. So, da hinten wieder gekommen. Boah, der ist stark, der immer. Wir sehen zu, dass wir abhauen. Hier stürzt euch alles zusammen. Eingreif-Truppen, hier ist das Einsatzkommando. Haltet die Befehle, ein Insta-Tab. Jetzt bricht die Panik aus. Wankerlache. Können wir hier noch nicht rausnehmen? Scheiße, das ist überall! Ja, bin getroffen! Ja! Verdammt, was auch immer das für eine Waffe ist. Scheiße, Scheiße! Ich bin um! Scheiße, ich bin voll! Das ist eine Nagelpistole, das ist eine Nagel... Oder ein Nagelgewehr, wie geil! Ein Nagelgewehr! Oh, schön! Hup! Hehehe! Uah! Mistige, Mistige! Halt doch, Klappe! Das Nagel nicht fest! Oh, bitte nicht, bitte nicht! Ich will jetzt nicht sterben! Ich bin getroffen! Verflucht! Verprüfe! Verflucht noch mal nichts! Ja! Ja! Du kannst dich nicht ewig verstecken! Ist auch interessant! Was ist denn? Ja! Okay! Ich glaube, jetzt dürfen wir alle... Alter, jetzt kommt er schon wieder! Du kannst nicht auf ganz neid! Du kannst noch nicht auf dem Reise binden! Du kannst noch nicht mehr fangen! Das ist ein planetary-errativer, Klappe! Ska�! Du kannst da! Du kannst doch nicht spinnen! Du kannst es auf deinen Reise binden! Du kannst ja nicht. Töne! Halt! Du kannst ja nicht sache, nicht nur! Du bist nicht! Du kannst ja nicht! Ja! Du kannst ja nicht! Ich habe das Gefühl, dass wir bald die Waffen von den Soldaten gebrauchen. Der hat sich jetzt zu mit Granaten über das Klob machen. Ich hab keine Munizoren mehr. Wo ist die Waffe? Wo ist die Waffe? Da waren wir gerade. So ist fein, mein Lieber. So ist fein. Hey! Im Container! Hier drüben! Lass mich raus! Was? Wo? Hier in dem? Nee. In welchem Container? In welchem Container? Wo bist du denn? Ach hier! Ja, Schnuckelchen! Mach mal Tür auf, genau. Alter, was hier abgeht. Ja, ist ja gut, ich stehe doch neben dir. Brauchst du mir nicht anschreien. Alter! Ich sehe gerade, der Greenscreen funktioniert nicht mehr. Es tut mir leid! Warte! 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 Ich bin schon da! Bitte schön! Komm jetzt! Wir müssen los! Hey! Mal langsam! Bleib bei mir! Alma darf unter keinen Umständen ihr Kind gebären. Und wenn doch! Vernichte es! Du musst es augenblicklich töten! Okay! Das war auf jeden Fall ziemlich krass. Und wie gesagt, ich merke gerade hier oben, der Greenscreen funktioniert nicht mehr so richtig. Das kommt wegen den Lichtverhältnissen. Das tut mir wahnsinnig leid. Ich hoffe, es hat nicht zu dolle gestört. Ich werde das auf jeden Fall gleich nochmal fixen. Und ich finde das ganz schön krass. Also es geht hier immer mehr ab und ich will gar nicht wissen, wie es noch weitergeht. Doch, ich will es wissen! Das werden wir dann morgen sehen in der nächsten Folge von 4.3. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.